Musik Ja, als ich klein war, habe ich angefangen, also ich glaube mit 8 war ich oder so. Wollten Sie Akkordeon? Ich wollte gerne, mein Vater mochte Akkordeon und er mich gerne, das war damals populär bei den kleinen Leuten. Musik Das Akkordeon ist ja eigentlich als Instrument ziemlich mit Vorurteilen belastet, also ich denke da so an Ausdrücke wie Schifferklavier oder Schunkelmusik. Quetschkommode. Quetschkommode, genau. Hat Sie das eigentlich beim Musikmachen, also als dann das Musikmachen ernster wurde für Sie, beeinflusst? Ich meine, dass Sie zum Beispiel davon weg wollten, von diesem Eindruck. Ja, ja, das hat mich schon rausgefordert, weil ich habe, wie gesagt, als Kind gelernt und in der Pubertät zum Beispiel habe ich aufgehört, weil einfach, ich wurde immer geänselt, also von meinen Freundinnen und so, Akkordeon war ja nicht modern. Das war nicht innen, ne? Und dann haben Sie Gitarre gelernt? Und dann habe ich erst mal Gitarre gelernt und dann später in Berlin habe ich wieder mit einem Akkordeon mehr oder weniger zufällig angefangen, habe zu Hause gespielt, hat meinen Ex-Mann dann begleitet und so bei seinen Liedern, der war Liedermacher. Und dann habe ich gemerkt wieder, dass es mein Instrument ist, dass ich das nicht absprechen kann. Und dann war das eine Herausforderung für mich, also zu zeigen, dass es eben ein tolles Instrument ist und was man alles damit machen kann. Das ist ja ein ganz merkwürdiges Instrument, nicht? Weil, also mit keinem anderen Instrument kann man die Musik so auch körperlich ausdrücken, wie mit dem Akkordeon. Spielt das auch beim, also wenn man die Musik macht, hat man das dann auch so im Gefühl, dass man also die Musik praktisch spielt? Ah ja, sicher. Ich meine, gerade das Akkordeon, das hat man nun wirklich auf dem Bauch. Also, das ist schon von der Haltung. Das ist ein ganz enger Körperkontakt zum Instrument. Also sehr viel, als was weiß ich bei Gitarre, wo man nur ein kleines Stück Holz auf der Hüfte hat oder so. Also beim Akkordeon hat man das wirklich so vor sich und man fühlt auch, also ich fühle die Vibration im Akkordeon. Und das ist klar, dass man dann wirklich mit dem ganzen Herzen auch spielt. Und das ist klar, dass man wirklich mit dem Akkordeon hat. Und das ist klar, dass man wirklich mit dem Akkordeon hat. Das ist klar, dass man wirklich mit dem Akkordeon hat. Und das ist klar, dass man wirklich mit dem Akkordeon hat. Untertitelung des ZDF, 2020